Die SVE ist selten vertikal, schnell und direkt, aber wenn, dann kann es auch eben schnell gehen. Das ist Koffi! 42. Minute, der Ex-Waldhöfer, dem wenig in Mannheim gelang, aber immer noch ein Stück Buwe in sich trägt. Er leitet das Tor selbst ein, die Vorlage kommt von Manuel Pfeil und dann schließt er ab für sein drittes Saisontor. Keine Abwehrchance für Behrens, die Verteidiger, ein bisschen weit weg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.